In Belmont wohnt eine Dame, eine reiche Erbin, und sie ist schön. Die Vier Winde wählen ihr von allen Seiten namhafte Freier zu. Mein Antonio, hätte ich nur die Mittel, es mit einem von ihnen aufzunehmen. 3000 Dukaten, wofür Antonio bürgen soll. Dann soll die Buße als kleiner Spaß ein Pfund von ihrem hellen Fleisch sein, von dem Teil ihres Körpers, der mir passt. Nachher beim Abendessen siehst du Lorenzo. Gib ihm diesen Brief, mach's heimlich. Und um ein Beschäftig, seine süße Werken, soll in deinem Heiligen Reif. Ein Diamant hat mich 2000 Dukaten gekostet. Noch hält sich ganz unwidersprochen ein Gerücht aus Genua, dass ein Schiff von Antonio mit reicher Ladung in einer Meerenge gestanden ist. Schylock, wenn Antonio nun bankrott ist, dann will ich sein Herz haben. Rache! Die Bosheit, die ihr mich lehrt! Moment! Rache! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017